Teuer wird's nur, wenn Sie falsch parken. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Das war der Anpfiff im Spiel zwischen unserem Bonner S10 und Viktoria Anders Weiler. Applaus 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 Das war er. Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Untertitelung des ZDF, 2020